so willkommen zurück hier auf dem kanal heute nehme ich euch mal mit in den bereich der bergwerkswohlfahrt und zwar lag dieses groben feld zwischen claustach zellerfeld und bad grund im bereich severnal im innersten tal die grobe ist in betrieb gegangen im jahr 1577 und verfügte zum schluss über zwei schächte und zwar über den melding schacht der im jahr 1829 abgetäuft worden ist und eine gesamttiefe erreicht hat von 517 metern dann gab es noch den schacht der grube hausbraunschweig diese grube war untertäglich seit 1920 etwa mit dem erzbergwerk grund verbunden entwässert wird dieses gesamte grubenfeld heute immer noch über den ernst augustollen und über den tiefen georgs steuern interessant ist dass im jahr 1902 am menning schacht die erste elektrische fördermaschine im oberharz installiert worden ist die ist dann später abgebaut worden und steht heute im bergwerksmuseum in bochum als man 1967 den schacht verschlossen hat da die lagerstätte erschöpft war und die erzmittel in richtung westen abgewandert sind man hat einen alternativ schacht abgetäuft und wiemannsbuch schacht im grunde gefälle der dann im prinzip die aufgabe übernommen hat des welligen schachtes es wurden blei zink und silbererze in diesem bereich abgebaut und die aufnahmen die ich gemacht habe die zeige ich jetzt abone ol abone ol Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020